Es tut mir leid. Sonst hätte ich mich verspätet. Das macht nichts. Die Emily spielt oben im Wohnzimmer. Wunderbar. Ich freue mich schon auf meinen kleinen Engel. Danke, dass du auf sie aufpasst. Ich bin noch am späten Abend wieder da. Lass dir ruhig sein. Kein Grund zur Eile. Mama, die Emily ist im ganz schwierigen Alter. Sie sieht und hört Dinge, die einfach nicht da sind. Ach, Liebes, mach dir keine Gedanken. Für Kinder in ihrem Alter ist das völlig normal. Emily, kommst du bitte zu mir? Ich komme gleich, Oma. Kommst du bitte, Emily? Emily, ich warte auf dich. Wieder nicht runter. Ich habe das auch gehört. Emily, ich warte auf dich. –ведen Sie wieder. – – – Untertitelung des ZDF, 2020